Wie die Zeit vergeht Der Künstlername Hubert von Goisern ist praktisch ein Racheakt. Weil ich hab mich nie richtig akzeptiert gekriegt. Bist du wirklich selber der Meinung, dass das, was du jetzt machst, die zukünftige Volksmusik ist? Und dass die Hupfhuis bei deiner Schönmusik ist nur auf mir gerne. Ich hupf halt gern. Der Grund, warum ich das mache, das ist, weil ich eine Brücke schlagen will zwischen einem Menschen. Das sind alles so Länder, wo man sehr viel in den Zeitungen gelesen hat, dass das jetzt nicht gut sein wird für Europa. Wenn die auch noch dazu kommen, dann möchte ich mir selber ein Bild machen. Ich habe auch noch ein Bild gemacht. Ich habe auch noch ein Bild gemacht. Ich habe auch noch ein Bild gemacht. als ob man vielleichtothrillische Auftrittsverbot. Sachen Ouán Einfach wieder schlenden Der war vorerst das Gönne, laft nach Visen, woxten, Visen, komm und Salle, oder brinner das Kuhn. Oder Hülsen, komm mit Hülsen, und die Ruhe, von den Kuhn. Und so, Mama, Lanzo, weiner Hülsen, brinner Hülsen.